Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Im heutigen Video geht es um die MicroSD-Karte und um dieses kleine Modul, das über die Schnittstelle SPI mit unseren Arduino oder ESP kommunizieren kann. Wir machen zwei praktische Beispiele. Bei einem lesen und schreiben wir Daten auf die MicroSD-Karte und im zweiten Beispiel erstellen wir einen Web-Server, der die Daten aus der SD-Karte liest. Und nach diesem Video bin ich sicher, jeder kann das. Wenn man für ein Projekt größere Datenmengen speichern möchte, wie Messdaten oder die Daten von Bildern, dann können wir diese Daten auf eine SD- oder MicroSD-Karte speichern. Dafür gibt es fertige Module, die wir für unsere Arduino- oder ESP-Projekte verwenden können. Eine Standard-MicroSD-Karte hat eine Betriebsspannung von 3,3 Volt. Daher kann sie nicht direkt an Schaltkreise angeschlossen werden, die mit einer 5 Volt Logik betrieben werden. Tatsächlich können Spannungen über 3,6 Volt die MicroSD-Karte dauerhaft beschädigen. Kommuniziert wird mittels der SPI-Schnittstelle und es gibt auch Module, die mit 5 Volt über einen verbauten Spannungswandler und einen Logic-Label-Shifter betrieben werden können. Die Anwendung dieser Module ist fast identisch zu dem Mini-MicroSD-Kartenlasermodul, das wir hier verwenden. Hier seht ihr eine Tabelle mit der Anschlussbelegung der Standard-SBI-Bins. Solltet ihr andere Micro-Controller verwenden, im Datenblatt findet ihr die SPI-Bin-Belegung. Für dieses Projekt benötigen wir natürlich eine MicroSD-Karte. Und SD-Karte steht für Secure Digital Card. Die SD-Karten sind nichtflüchtige Flash-Speicher, die für tragbare Geräte entwickelt wurden. Damit wir die MicroSD-Karte für unser Projekt verwenden können, müssen wir sie im Format FED16 oder FED32 formatieren. Wenn ihr nicht wisst, wie man SD-Karten für euer Betriebssystem formatiert, Google ist euer Freund. Abhängig vom SD-Kartenmodul kann es zu einer Limitierung der Kartengröße von bis zu 32 GB kommen. Und noch wichtig, stellt vor dem Formatieren sicher, dass keine wichtigen Daten auf der Karte gespeichert sind, bevor er sie löscht. Für das erste Beispiel verwende ich den Wemos D1 Mini mit dem Mini-Kartenlesemodul. Wir starten den Sketch mit den Einbinden der SPI und der SD-Library. Als Chip-Select-Pin habe ich hier den Pin Nummer 2 definiert. Hier initialisieren wir die SD-Karte und geben eine Fehlermeldung aus, falls das Fehl schlägt. Mit diesem Befehl SD-Remove wird die Textdatei gelöscht, wenn sie vorhanden ist. Ansonsten wird der neue Text einfach hinten an der Textdatei angehängt. Hier öffnen wir das Text-File von der SD-Karte mit dem Parameter, dass wir die Karte beschreiben wollen. Danach schreiben wir zwei Zeilen Text in das File und schließen es wieder. Sollte ein Problem mit der SD-Karte beim Beschreiben entstehen, dann geben wir hier eine Fehlermeldung aus. Nachdem wir die Textdatei beschrieben haben, öffnen wir sie noch einmal, aber dieses Mal zum Lesen. Hier lesen wir das File Zeichen für Zeichen aus und schreiben es in den Serialmonitor, gefolgt vom Schließen der Datei. Auch hier geben wir wieder eine Fehlermeldung aus, sollte etwas schiefgegangen sein mit dem Lesen von der SD-Karte. In diesem Beispiel bleibt die Loop-Funktion leer. Wer tiefer in die Elektronik und Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier dieses E-Book empfehlen. Dieses Buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit dem Kauf unterstützt ihr Edis Tech Lab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. Und gut news für all die English-speaking folks, this book is also available now in English. Have fun! Laden wir jetzt den Sketch hoch, der jedes Mal die Karte formatiert, bevor er den neuen Text schreibt. Im Serialmonitor wird jetzt der Text ausgegeben, der auf der SD-Karte gespeichert ist. Wenn wir ein Reset drücken, dann sehen wir im Serialmonitor, dass wieder derselbe Text ausgegeben wird. Auch beim nochmaligen Drücken von Reset wird der Text nur einmal auf der SD-Karte gespeichert und ausgelesen. In diesem Beispiel kommentieren wir das Formatieren der SD-Karte aus und laden den Source-Code noch einmal auf den Wemos. Nach dem Hochstarten wird derselbe Text noch einmal auf die SD-Karte gespeichert und wir sehen hier, dass der Text zweimal und hier sogar drei, vier und fünfmal auf der SD-Karte hintereinander geschrieben wird. Zum Locken von Daten wäre das hier die richtige Methode. Mit dem ESP32 können wir einen Server erstellen, auf dem eine Webseite läuft. Dazu werden Daten auf die Micro-SD-Karte kopiert, wie Bilder, eine index.html-Seite, CSS für die Formatierung und eine JavaScript-Datei. Diese Daten verwenden wir mit dem Arduino Nano ESP32-Modul und daraus erstellen wir eine GUI, also ein Graphical User Interface, das als Webseite aufgebaut ist. Diese vier Taster auf der Webseite, die senden Daten über die URL an den Micro-Controller, sobald sie gedrückt werden und diese können wir dann auswerten, und Aktionen ausführen. Für alle, die schon länger bei Edis TechLab dabei sind, ja, es geht wieder weiter mit dem Cocktail-Maschinen-Projekt. Hier seht ihr, wie das Micro-SD-Karten-Modul an den Arduino Nano ESP32 angeschlossen wird. Den Sketch für dieses Projekt findet ihr auf GitHub und natürlich auch die Dateien der Webseite hier unter GUI-Webseite. Ihr könnt euch die Daten herunterladen und dann auf die Micro-SD-Karte kopieren. Sehen wir uns jetzt den Sketch vom Web-Server-Beispiel an. Zuerst binden wir wieder Libraries ein. Hier die Wi-Fi-Library, die wird für den ESP32 benötigt, damit wir auf Wi-Fi zugreifen können und die ESP-Async-Webserver-Library, die wir aber vorher installieren müssen. Und zusätzlich benötigen wir noch die FS-Library, die es uns ermöglicht, Files von der SD-Karte zu lesen. Die ESP-Async-Library, die können wir im Library-Manager installieren. Dazu markieren wir uns die Library aus dem Text und suchen sie im Library-Manager. Hier sehen wir schon, die Library ist in der Version 3.1.0 verfügbar und diese beiden Libraries werden benötigt und sollten gleich mitinstalliert werden. Der Chip-Select-Bin ist auf Nummer 10 gesteckt und darunter gebt ihr eure Wi-Fi-Daten ein. In dieser Zeile erstellen wir das Objekt für den Asynchron-Webserver. Im Setup rufen wir zuerst die Setup-Wi-Fi-Funktion auf, die wir weiter unten im Code geschrieben haben. Hier initialisieren wir die SD-Karte und geben eine Fehlermeldung aus, falls es schief geht. Hier rufen wir die Index-HTML-Seite auf und stellen sie als Web-Server zur Verfügung. Wenn wir über die URL Cocktail1 empfangen, dann können wir hier Aktionen ausführen. Um es einfach zu halten, schreiben wir hier nur eine Nachricht in den Serial-Monitor. Geladen wird hier noch einmal die Index-Punkt-HTML-Seite, aber das könnt ihr natürlich auf eure Bedürfnisse anpassen. Wenn ihr die anderen vier Cocktail-Taster einbinden wollt, dann könnt ihr hier dieses Gerüst verwenden und einfach anpassen. Und natürlich noch ganz wichtig, hier schalten wir den Web-Server ein. Die Funktion Setup-Wi-Fi, die verbindet sich mit unserem Wi-Fi und schreibt uns dann die IP-Adresse in den Serial-Monitor, das dem Board zugewiesen wurde. Diese IP-Adresse können wir jetzt in unseren Browser eingeben und schon, wenn alles funktioniert, wird die Webseite, die wir über unseren ESP laufen haben, im Browser angezeigt. Wenn wir jetzt den Taster am ersten Cocktail drücken, dann sehen wir im Serial-Monitor, dass wir die Nachricht Cocktail 1 erhalten haben. Anstelle der Textausgabe sollte hier natürlich bei einer Cocktail-Maschine die Maschine starten und den gewünschten Cocktail zubereiten. Prost! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal und drückt auch die Glocke, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr versäumt. Und über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch immer sehr. Vielen Dank dafür! Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Das hat das Thema, wie man von der Idee zu einer eigenen Leiterplatte kommt. Viel Spaß dabei!